Willkommen im Buch, wir reisen durch Europa. Du bist jetzt angemeldet. Tipptoy, das ist Spielen und Lernen zugleich. Schalte deinen Stift mit einem Knopfdruck ein und los geht's. Über die Lautsprecher führt dich der Stift durch das jeweilige Buch. Dabei kannst du zwischen vier verschiedenen Erlebnisebenen wählen. Entdecken, Wissen, Erzählen und Spielen. In der Ebene Entdecken liest der Stift Texte vor, macht Geräusche, erläutert Bilder und vieles mehr. Bei Wissen werden per Zufallsprinzip immer wieder neue Inhalte des jeweiligen Buchthemas abgerufen. In der Ebene Erzählen kannst du spannenden kleinen Geschichten lauschen, die deine Fantasie anregen und das Spielerlebnis vertiefen. Und in der Ebene Spielen warten aufregende Abenteuer auf dich, die du spielerisch und interaktiv verfolgen kannst. Tipptoy ist dein treuer Spielgefährte für zu Hause, aber auch für unterwegs und auf Reisen. Speziell für Urlaube, bei denen es wichtig ist, etwas Platz zu sparen, wie zum Beispiel beim Camping. Rate, lerne und spiele mit Tipptoy von Ravensburger. Funktioniert auch bestens zu zweit.